wir sind live ganz spontan ohne ankündigung sonntagnachmittag im frauholle studio im home office frauholle studio denn ich habe da eine spontane idee gehabt beziehungsweise es gibt da ja ein so ein projekt das unter anderem mit diesem tollen buch zu tun hat und das nennt sich handlettering countdown denn das ganze buchteam von diesem neuen tollen buch von mir und ich wir veranstalten ja sozusagen digital auf instagram einen countdown bis dieses buch release wird es ist ja nicht mehr lange hin und einige können sogar auch schon kaufen habe ich schon gehört von euch aber wir machen den counten trotzdem noch wir ziehen das durch und es sind ab heute noch genau zwei tage bis es die handlettering projekte im handel zu kaufen geben wird und bis das buch auch von amazon vorbestellungen verschickt wird deswegen nachte ich mir lange rede kurzer sinn bevor ich jetzt die zwei hier von dem countdown heute einfach für mich male mache ich das ganze einfach mal live das kind schläft wie gesagt ganz friedlich hinter mir noch mal gucken ob das auch so bleibt live kann sich ja alles jederzeit ändern das ist ja auch das schöne daran genau später gibt es auch noch ein paar einblicke in das buch aber es ist auch keine riesen kreativ tutorial diy oder sonst hier ganz im gegenteil wir malen einfach eine zahl ihr könnt auch gerne mitmachen ich mal jetzt einfach die zahl zwei beziehungsweise aquarellier die zahl zwei im stil von dieser 50 vom cover und nehmen euch so ein bisschen mit auf dem weg dorthin ich habe auch schon mal angefangen mir die zwei einfach vorzuzeichnen ich benutze hier übrigens glattes aquarellpapier von tombo also satiniertes aquarellpapier von tombo das habe ich sehr sehr gerne es gibt auch von vielen anderen firmen aber ich habe von tombo viele viele samples mal willkommen von dem papier und bin einfach total verliebt weil es schön glatt ist es hat glaube ich 200 300 gramm stärke und gerade so watercolor letterings oder auch so kleinere aquarell illustrationen funktionieren da einfach super drauf was ich auch total liebe von tombo sind diese beiden begleiter für vorzeichnungen in der aquarellmalerei nehme ich einmal diesen tombo mono bleistift falminen bleistift heißt es ja im fachjargon und den mono eraser also ein ganz toller weicher radiergummi ja mit dem zeichne ich mir immer das ein bisschen vor und mit dem radiergummi radiere ich es dann auch wieder weg klingt komisch ist aber so wer sich fragt warum ich netzweise wunderschön freihändig zeichnen kann kann ich nicht auch hier seht ihr bastel ich mir selbst auch ein raster zurecht also ich kann nicht gut freihändig zeichnen deswegen brauche ich immer so ein bisschen raster in dem ich bewegen kann damit nicht allzu viel kaputt gehen kann und das ist wirklich total easy also wenn ich mir zahlen versuche auch für die 50 von dem buch zum beispiel gehe ich meistens wirklich einfach bei google in die bildersuche kann ja sogar zeigen moment hier gehe ich in die google bildersuche das war hier und tippe ein in dem fall number two spektakulär könnt ihr auf pinterest machen aber da gab es nicht so viele ergebnisse oder aber ihr schreibt einfach die zwei in irgendein programm auf eurem computer und setzt eine font es gibt tausend mittel und wege um sich eine schöne zahl zu suchen und ich habe mir eben die ausgesucht und ihr seht die habe ich dann freihand wirklich vom ipad beziehungsweise das iphone war es das jetzt klim auf mein blatt papier übertragen das ist natürlich nicht eins zu eins ein bisschen habe ich variiert ich habe mir den knüppel ganz rund gemacht es hat mir nicht so gefallen dieses näschen aber so funktioniert das also echt wie elwine sagen würde easy peasy weil freihand kann ich so eine kleine nicht auch nicht zeichnen das ganze habe ich eingekestelt ihr seht es auch noch so ein bisschen meine hilfslinien damit das wirklich gerade ist weil gerade bei solchen script nummern ist es schon wichtig dass das ganze auch wirklich sehr akkurat ausschaut und eben nicht irgendwie so kippt sonst hätte ich die zahlen auch nie gleichmäßig hinbekommen da bin ich ja offen und ehrlich ich koche ja auch noch mit wasser so übrigens schön dass so viele spontan dabei sind ich sehe das hier so nebenan an meinem ipad was da so passiert ich kann sogar auf eure fragen antworten wenn ich das parallel irgendwie hinbekommen ich sehe auch gerade die lichtsituation ist hier nicht so geil gerade ja aber die sonne musste ich leider aussperren weil die sonne macht ja alles kaputt und das kunstlicht ist halt naja ist halt so wie es ist ich habe ja auch nur die elfte an materialien weil der rest ist hier im studio mittlerweile aber wenn freude sich was in den kopf gesetzt hat macht sie das so wie früher auf periscope und das machen wir ja auch wieder öfter also easy peasy geht es auch weiter wenn ich sowas vorgezeichnet habe mit diesem bleistift das gute ist dass er wirklich ganz ganz weich ist und nicht ins papier reinkratzt der bleistift deswegen lebe ich den so sehr dann radiere ich das ganze wieder so ein bisschen weg also erstmal radiere ich natürlich mein raster weg das brauche ich ja nicht mehr weil wenn ich jetzt danach mit der aquarellfarbe drüber gehe da sieht man natürlich diese ganzen bleistiftvorzeichnungen noch total stark durchscheinen aquarellfarbe ist ja keine deckende farbe ist ja nur lasierend auf dem papier das heißt alles was sich drunter befindet auf einer ebene wird dann noch durchscheinen deswegen trick 17 das ganze einfach wieder ganz leicht weg radieren das ist so ein bisschen try and error nicht zu viel nicht zu wenig aber zumindest zu viel weg radieren dass das grafit auf dem papier nicht mehr so stark ist aber nicht zu viel weg radieren so dass ihr auf jeden fall noch die linien sehen können weil die braucht ihr um das ganze dann gleich mit aquarellmalerei aquarellfarbe zu füllen ob es so leise ist oder an einem hellgelikt also ich kann ein bisschen lauter sprechen vielleicht brauche ich noch ein mikrofon also da klebt mein iphone und da ist mein mund eigentlich sollte ich nicht so leise sein ihr könnt ja ein bisschen aufdrehen volle lautstärke also normalerweise ich spreche jetzt ein bisschen leise weil das baby hinter mir schläft aber normalerweise spreche ich jetzt auch nicht so viel lauter menschenskinder hier macht mal einmal ein live stream ist mal zu leise ne sachen jetzt ist aber auch eher was zum gucken als zum zuhören ihr könnt ja auch neben der musik hören ein bisschen fußball gucken so also ihr seht die kommentare sind im weg ja das ist schon ein ganz großes problem schon immer gewesen an diesen insta live streams ich kann das ganze noch ein bisschen nach oben rutschen man konnte früher die kommentare mal ausschalten das geht aktuell glaube ich nicht mehr aber pass mal auf hier jungs und mädels wahrscheinlich eher mädels ich rutsche das ganze immer noch ein stückchen nach oben damit ihr zumindest das wichtige in der mitte sehen könnt was nicht von den kommentaren dann hoffentlich überdeckt wird da muss ich ein bisschen gucken dass ich noch hinkomme aber gut kriegen wir schon hin so besser oder so jetzt sind meine und meine hände im unwichtigen bereich und ich glaube so können wir weiter arbeiten danke für euer feedback ach auf periscope war das alles leichter ich sag's euch die nächsten live streams finden sowieso auf periscope statt ich komme mir einfach nicht mit diesem insta ding star klar ne na gut also weiter im text damit wir auch noch zur buchvorstellung kommen also Ziel ist es wirklich diese zwei jetzt in diesem aquarell stil ich zeig's euch mal das habe ich da bei den zahlen auch gemacht von dem cover wirklich zu füllen aber nicht in schwarz das habe ich mit der schwarzen ecoline farbe gemacht sondern in diesem türkis deswegen liegt auch das buch hier oben das ist sozusagen meine farbreferenz und jetzt werde ich mal versuchen das kann natürlich voll in die ruse gehen aus den farben die ich hier zu hause habe und das sind nicht viele das sind nämlich nur die primärfarben von ecoline so ein türkis anzumischen wie es auf meinem cover gedruckt ist natürlich gibt es von ecoline wahrscheinlich exakt schon so ein türkis wir haben ja alle ecoline fläschchen bei uns im studio zu hause hat die tanja aber nur fünf mittlerweile früher hatte ich alles bei mir zu hause ja auch damit muss ich nun arbeiten deswegen werde ich einfach mal testen ob ich so ein türkis auch aus grün und blau aus den primärfarben aus diesem primärsitz zusammenmischen kann testen einfach mal dafür habe ich meine kleine mischpalette mini mini mischpalette die habe ich irgendwann mal bei ich glaube systrene gräne gekauft ist ein bisschen klein aber ich glaube die reicht hier schon insta dingster ja ist doch insta dingster also insta dingster live dingster finde ich halt echt nicht so geil ne dann haben wir jetzt noch ig tv und so ein kram nun gut also das tolle ist eine neue fläschchen die kennt ihr aber auch schon ist ja auch nichts neues mehr dass sie pipetten haben das heißt ihr könnt direkt mit der pipette aus dem töpfchen farbe entnehmen und hier rein träufeln muss ich erstmal wirklich so ein bisschen gucken ob das überhaupt ein türkis wird das ist jetzt wie gesagt erstmal blaue farbe dann kommt grüne hinzu und dann wird das ganze gemischt damit ich meine zwei jetzt aber nicht kaputt mache beim farben ausprobieren nehme ich jetzt mal noch ein anderes blatt auf dem ich die farben dann testen kann jetzt gucken wir mal was natürlich auch noch mit dazu das schaut mir schon mal sehr grün aus also das kann sich jetzt auch noch um stunden handeln nein wir gucken jetzt mal ob ich das irgendwie so hinbekommen die theorie bei aquarellmalerei ist ja ganz einfach dass man wasser beziehungsweise dass man farben mit wasser so heller machen kann es gibt ja keinen weißen auch kein dick weiß in den aquarellmalerei in der aquarellmalerei welt sozusagen es gibt ja nur wasser mit dem man alles verdünnt und heller macht das ist mir ein bisschen zu grün gucken wir mal wie das ist wenn ich hier so einen tropfen blau hinzufüge gucken wir mal ob die hölle hier irgendwie so ein blauer türkis hinbekommt was auf dem buch ist das ist auf jeden fall deswegen ist hier meine farbe referenz zu blau hätte ich mal am freitag aus dem vorhöhle studio das passende töpfchen mitgenommen aber ich meine farbenmischen ist ja auch das schöne daran ja das schaut doch schon besser aus seht ihr das überhaupt so ein bisschen schon oder farbenmischen ist ja auch eigentlich viel schöner als ich einfach die passende farbe kaufe und deswegen braucht man ja für aquarellmalerei eigentlich auch nur drei oder fünf primärfarben mit denen kann man wunderbar arbeiten ohne dass man sich 50.000 töpfchen kaufen muss aber natürlich ist es bequemer wenn man einfach das passende töpfchen nehmen kann also ich würde mal sagen das zu blau das mir noch ein ticken zu grün aber jetzt habe ich ja noch einmal hier so ins blau wieder reingetippt mit der pinselspitze das ist übrigens ein da vinci pinsel also synthetische farben die liebe ich ja auch totalen rund pinsel und so langsam kann man das hier zusammen mischen immer wieder ins wasser das wasser hat schon eine sehr schöne farbe waldmeisterlich so und ich würde mal sagen jetzt sind wir aber an dem punkt angekommen nochmal vergleichen hier referenz das schaut doch gut aus natürlich muss man eigentlich immer noch warten bis das ganze getrocknet ist damit man wirklich sagen kann ob es eins zu eins stimmt ich will es aber auch nur ungefähr hinbekommen und insofern würde ich sagen das taugt mir auf jeden fall schon mal für meine zwei wenn ihr das ganze dunkle haben wollt wie gesagt dann braucht ihr einfach mehr von den pigmenten ihr habt ihr gesehen die pigmente sind im ursprünglichen Zustand ich kann es euch nochmal zeigen sehr sehr stark und deckend das ist jetzt quasi ja da war ich glaube ich auch schon mit dem blau oder grün irgendwie drin 100 prozent deckkraft ich glaube da habe ich noch kein wasser hinzugegeben und je mehr ihr das mit dem wasser verdünnt desto heller und transparenter und pastelliger werden die farben natürlich auch so wunderbar das ging ja schneller als erwartet und ich habe schon gedacht dass ich mich blamier und die farbe gar nicht hingemischt bekommen aber gut farbenlehre ist halt auch nicht wirklich schwer schaut sehr gut aus prima ich trinke mal noch einen schlupfen so dann kann es auch schon losgehen also was war jetzt die richtige farbe hier ne schritt nummer eins wenn ihr jetzt so eine aquarellierte zahl oder auch eine aquarellierte initiale zum beispiel ihr könnt ja auch großbuchstaben in dem selben stil aquarellieren malen wollt ist dass ihr erstmal eine bestimmte fläche mit wasser füllt tja schlechte vorbereitung denn eigentlich das muss ich jetzt noch nachholen braucht man nämlich noch ein sauberes wasser das ist halt der nachtritt an life mit dem man das ganze quasi erstmal nass machen kann um damit der farbe in das nasse rein zu tupfen und die aquarell effekte zu erzielen weil trocken bzw nass auf trocken bedeutet dass ihr wirklich harte rinde habt und das wollt ihr ja nicht haben denn die zahl und die farben sollen ja wirklich ineinander übergehen deswegen ich versuche auch ein bisschen lauter zu reden gleich ich hole mir jetzt nochmal kurz ein glas saubere farbe ist dauern nur drei sekunden und dann geht es hier weiter so da ist ja auch schon wieder die vergesslich frage aber ihr seid ja alle noch da also ich versuche ein bisschen lauter zu reden wie gesagt mein kind schläft hinter mir aber es hat einen sehr sehr tiefen schlaf deswegen kriegen wir das schon hin also ich habe jetzt frisches wasser das ist wie gesagt ganz ganz richtig weil ihr jetzt erstmal mit dem frischen wasser ich fange jetzt mal hier oben bei dem knubbel an bei der zwei euer papier bzw. die fläche die ihr ausmalen wollt mit wasser benetzt nehmt auch nicht zu wenig wasser das trocknet relativ schnell auch auf aquarellpapier gerade auf glattem aquarellpapier wie gesagt das ist ja satiniertes aquarellpapier trocknet es ziemlich schnell deswegen seid nicht allzu sparsam so ein ticken blau ist da noch drin in meinem wasser so und malt wirklich die ganze fläche mit wasser aus so hier oben mache ich dann gleich weiter jetzt kommt der clou jetzt gehen wir eben in unsere farbe rein holen uns die farbe und tupfen hier mit der farbe in unseren Wasserfleck da hinein wo wir eben vor allem den rand haben wollen wo wir mehr pigmente haben wollen können das ganze natürlich auch schon weiter nach oben ziehen und hier dann eben gleich weiter arbeiten der trick an watercolour littering und auch watercolour illustration also aquarellmalerei auf deutsch ist dem ganzen zeit zu geben zeit zum wirken zu geben und geduld zu haben also nicht zu schnell mit zu vielen pigmenten zu arbeiten das hier sieht zwar noch schepps aus wird sich aber wirklich total schön vermischen und seinen ganz tollen aquarell effekt am ende auf dem blatt papier ergeben wenn ihr geduldig genug seid was ich jetzt aber auch noch machen möchte und da werde ich mir jetzt mal noch ein anderes utensil hier besorgen von meinem großen vorbereiteten arsenal mit einem anderen pinsel zum glück habe ich meine ganzen pinsel hier auch noch liegen denn ich möchte hier auch noch ein bisschen was von dem gold effekt mit rein bringen und da habe ich hier oben ja auch noch die feintech farben von der lieben franziska von jaystuff und da gibt es eine farbe das ist dieses bronze hier und das werde ich jetzt auch noch in meine zahl mit reinbringen eigentlich gibt es auch gold aber auch die ganze goldpalette liegt im frau-halle-studio ich sage ja ich muss hier wirklich mit mit der hälfte nach mit einem zehntel von meinem material arbeiten und bei diesen feintech farben das sind die gepresste paar schonmal farben die farbe erstmal mit wasser so ein bisschen anfeuchten ihr seht dann fängt die an zu wirken dann kommt die pigmente raus und dann könnte ich hier auch das ganze noch eintopfen wenn euch das zu viel ist dann natürlich wieder abtupfen ich bräuchte eigentlich noch ein wasserglas ich bin wirklich schlecht vorbereitet aber so ist das an einem sonntagnachmittag wenn man spontan beschließt irgendwas von auf in der kamera zu machen so also das haben wir hier auch auf jeden fall bereit stehen so natürlich ist der trick bei der aquarellmalerei und auch bei sowas wie zahlen dass wir nicht zu lange warten natürlich kann man bei einem guten aquarellpapier dass wir die pigmente immer wieder von blatten lösen das kann ich auch hier das seht ihr auch wenn ich wieder drüber gehe kriege ich die pigmente wieder lose und kann weiter arbeiten und kann auch einen flüssigen Übergang erzielen also ohne eine harte kante da oben ich habe hier echt eine fette 2 gemalt da brauche ich richtig viel Wasser selbst mit dem Pinsel das ist Pinsel Größe 6 von Nova Synthetics Da Vinci braucht man schon habe ich irgendwelche Fragen schon übersehen während ich mich hier so konzentriert über meine 2 beschäftige ich hoffe nicht sonst müssen sie mir einfach nochmal stellen aber das ist ja auch hier wirklich easy peasy die Anfänger 1x1 der Aquarellmalerei nochmal das Prinzip erst alles mit Wasser füllen ihr seht jetzt schon so ein bisschen Effekte man kann natürlich auch noch mit Wasser Effekte erzielen und mit Salz kann man auch noch schöne Effekte erzielen es gibt ja viele viele Möglichkeiten Materialien und Parameter mit denen man solche Aquarellflecken erzielen kann und bearbeiten und manipulieren kann auch noch nachträglich aber es wird ja auch zum Thema Aquarellmalerei und auch Littering noch sehr viel geben dieses Jahr im Frau Hallestudio und übrigens auch Projekte im Buch die zeige ich euch dann gleich bei der Buchvorstellung ich sehe hier winkende Kommentare und Herzchen Kommentare das freut mich so ein bisschen mehr ist das hier fast auch ein bisschen zu viel so ja wie geht es nicht über den Rand hinaus ich weiß nicht ob ich die Frage richtig verstanden habe also den Rand von der Zahl hier zum Beispiel den setzt du ja selbst indem du das Wasser nur bis zum Rand von dieser Zahl hinweist dann machen wir da unten noch weiter ich habe jetzt wieder Wasser auf dem Pinsel das ist jetzt auch schon ein bisschen blau das ist okay wir bewegen uns ja zumindest in einer Farb weil wenn ich jetzt hier noch irgendwie eine andere Farbe ins Spiel bringen würde wäre das ein bisschen schlimmer wenn ich jetzt hier mit dem blauen Wasser weiter arbeiten würde also die Aquarellfarbe das ist auch das tolle an der Aquarellfarbe und ich liebe sie auch geht immer so weit wie ihr mit dem Wasser das Ganze bestimmt wenn ihr zu viel Wasser habt deswegen auch immer ein Zebraapparat haben so gut vorbereitet bin ich zumindest könnt ihr das Ganze auch mal wieder wegtupfen ihr könnt auch übrigens hier so ein bisschen viel von dem Gold da oben auch nachträglich wieder wegtupfen deswegen immer gut ausgestattet sein an einem Aquarellarbeitsplatz nicht wie Frau Hölle aber ich finde der Charme an Leif ist einfach immer immer noch toll ich mag einfach Leif gerne ihr könnt natürlich auch mal nur mit der Farbe arbeiten ihr seht jetzt gehe ich hier wirklich komplett in die Farbe rein und male hier unten weiter um mal härtere Kanten zu setzen also da könnt ihr wirklich mit der Aquarellfarbe ganz explorativ umgehen und das ist ja auch das Schöne an Aquarellfarbe dass sie eigentlich tut was sie will man kann sie so ein bisschen in Bahne lenken den Effekt von Aquarellfarben aber das Endergebnis ist ja nicht so wie bei Acryl ich habe noch die Acrylfarbe gemalt aber ich stelle es mir zumindest so vor dass man sehr genau wissen muss was man tut bei Acrylfarbe und Ölfarbe damit das Ergebnis auch so aussieht wie man möchte so wie gesagt hier wieder alles erst mit Wasser gefüllt das ist Aquarellpapier deshalb will das nicht nicht genau schön ist auch immer wenn dann die Leute die zuschauen also ihr die Fragen der Mitzuschauer selbst beantworten während hier der Künstler total vertieft ist in seine Arbeit das ist also ich sag's nochmal Aquarellpapier ich glaube es hat 250 oder 300 Gramm Grammatur von Tombo ein satiniertes also glattes Aquarellpapier deswegen wählt es sich auch nicht es ist auch geleimt an allen vier Ecken auch noch eine ganz wichtige Eigenschaft von Aquarellpapier wenn ihr eins kaufen solltet achtet darauf dass es geleimt ist an allen vier Seiten am besten dann wälze ich es nämlich nicht so sehr beziehungsweise im besten Fall gar nicht natürlich wälze ich das Ganze ein bisschen wir arbeiten ja mit Wasser auf Papier das heißt da ist immer ein bestimmter Effekt da aber natürlich nicht so doll hier unten fehlen mir noch so ein paar goldene Akzente also ich finde ich habe das ganz gut getroffen hier oder die Farbe von meinem Buch dafür dass ich das hier unvorbereitet zusammen gemischt habe hat das noch ganz gut funktioniert und ihr seht auch diese Feintrickfarben lassen sich wirklich wunderbar in den gesamten Aquarellfleck eintupfen ich bin ja immer eher so ein Fan von Figmente eintupfen das wirklich malen dann kann man so ein bisschen besser bestimmen was sie tun beziehungsweise sie einfach werkeln lassen da ist noch ein bisschen viel Wasser da unten im Tal so wenn das Ganze dann fertig ist ihr seht es dann könnt ihr nachträglich nur noch so ein bisschen einzelne Ecken verändern indem ihr da nochmal reingeht oder mit dem Zebertuch zu viel Wasser aufnehmt einfach vorsichtig reintupfen so eine Ecke von so einem Zebertuch und dann das Wasser was zu vieles auftupfen und weiter geht's irgendwo habe ich ihn gelesen macht Lust den Pinsel zu schwingen das ist das Schöne und das habe ich schon mit meinen Periscopes ja auch immer deswegen habe ich das so gerne gemacht weil ich immer das Gefühl hatte dass ich Menschen die irgendwie zu Hause hocken gerade am Sonntag und die Wand angucken oder Fernsehklopfen so wie ich auch oft dazu animieren kann ein bisschen kreativ zu werden und ihn vor allem zeigen kann und das habe ich glaube ich in meinen Periscopes wieder oft geschafft dass es nicht schwer ist und auch sowas ist wirklich überhaupt keine Kunst ganz im Gegenteil das ist easy peasy Ach Elvina übermorgen sehe ich sie wieder freue ich mich schon sehr drauf und da braucht man keine künstlerischen Grundkenntnisse oder sonst irgendwas um einfach mal ein bisschen kreativ zu sein und das macht so wahnsinnig viel Spaß und man fühlt sich auch so gut das ist wirklich immer der Effekt so meine Lieblingstechnik ist ja am Ende noch ein paar Splashes hinzuzufügen kennt ihr sicherlich auch schon also einfach viel Farbe beziehungsweise Wasser aufnehmen und dann auf meinen Finger so ein bisschen draufschlagen und dann setzt man damit das Ganze noch so ein bisschen hübsch in Szene das ist Geschmackssache man kann es auch ich sehe es mittlerweile überall das ist dann auch so ein bisschen man kann es natürlich auch so machen dann gibt es ein bisschen größere Flecken wenn ihr das Ganze vertikal tropfen lasst und natürlich könnt ihr das Ganze auch mit den goldenen beziehungsweise mit den Feintech-Faden machen aber dafür seht ihr das noch ja dann müsst ihr die wirklich gut mit Wasser benetzen und dann könnt ihr auch hier noch ein paar güldene Punkte hinzu beziehungsweise es ist eigentlich Bronze aber ich finde es schaut und der Einband ist eigentlich Gold aber das Bronze schaut aus das Bronze von Feindex schaut aus wie das Gold bei der Folierung von meinem Buch finde ich deswegen passt das ganz gut zusammen so tadaaa das Kind hat hinter mir schon gerade glaube ich gegähnt es hält noch gut durch so das war's wie gesagt keine Raketentechnik ich glaube auch viele von euch haben das schon mal selbst gemacht aber ich wollte euch halt nur so ein bisschen daran teilhaben lassen wie was wirklich Einfaches Kreatives aber Schönes entstehen kann und wie gesagt meine Devise ist ja immer war es immer und wird es immer bleiben machen 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 habt keine Angst davor ich habe jetzt was habe ich verwendet ich glaube zwei Ecoline Farben genau ich habe hier hellblau genommen und grün daraus habe ich mir eben so ein Türkis gemischt und dann noch die Feindex Farbe Wasserpinsel fertig Zeva Aquarellblock mehr braucht ihr nicht um einfach mal ein bisschen euch auszutoben einfach aber auch hoch genau liebe Martina so und jetzt kommt der zweite Teil dieses phänomenalen kreativen unvorbereiteten Livestreams deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen Platz und römm mal die Sachen weg die zumindest Wasser beinhalten damit sie nicht gleich alles zerstört so viele Exemplare habe ich ja noch nicht in meinem neuen Buch denn was ich ja eigentlich zeigen wollte und sagen wollte dass es nur noch zwei Tage sind bis dieses Buch da hinten in den Handel kommt so jetzt schieben wir mal die zwei ein bisschen hier aus dem Bereich raus eine Frage habe ich vorher noch gelesen stimmt die wollte mich beantworten wie man das ganze dann ablösen kann wenn das an allen vier Seiten geleimt ist also das ist natürlich an allen vier Seiten geleimt aber es gibt immer eine Seite beziehungsweise eine Ecke bei diesen Blöcken die nicht angeleimt ist oft ist das hier in der Mitte so ein Bereich oder eben eine Seite eine Ecke das heißt ihr könnt dann ganz vorsichtig die Seite abziehen was ich euch aber empfehle ist und ich glaube das Werkzeug ist auch im Studio ja ein sogenanntes Falzbeil würde auch ein Cutter gehen oder ein Messer ihr könnt es auch mit einem Messer machen eigentlich also mit einem normalen nicht scharfen Küchenmesser mit einem normalen Buttermesser geht also wirklich rein unter die eine abgelöste Seite und fahrt mit dem Messer vorsichtig drumherum dann könnt ihr diese Klebekante ganz einfach auflösen und macht aber das Papier nicht dabei kaputt kann nämlich passieren wenn ihr das ganze einfach abreißt das ist dann auch wirklich reiftes Papier so 2 schiebt man noch ein bisschen mehr nach oben Brieföffner geht auch genau oder Lineal ach ihr habt ja noch viel bessere Kinder als ich wer braucht schon einen Falzbeil ja ich habe das damals gelernt mit einem Falzbeil aber mein Gott die Geschäfte müssen ja auch irgendwie ihre Materialien verkaufen so ihr Lieben zwei Tage noch das haben wir echt hier gut getroffen ich bin ganz glücklich zwei Tage noch bis dieses Buch wirklich für alle verfügbar ist im Handel erscheint ihr könnt es im Frauhelle Onlineshop ja auch schon vorbestellen auch mit einer persönlichen Widmung für den oder den Liebsten oder als Geburtstagsgeschenk für jemanden oder 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 einige haben es auch schon bekommen ich glaube in den Ide-Kreativläden wurde es schon gesichtet in einigen Künstlerbedarfsläden auch und alle anderen bekommen es bestimmt auch bald geschickt wir haben auch schon eine Nachbestellung beordert das heißt der Frauhelle Onlineshop kann dann auch ganz bald die Vorbestellungen ausliefern und ich werde übermorgen ins Büro fahren und auch dann fleißig eure Widmungen schreien schreien? Schreiben schreien werde ich sie nicht also worum geht es in Handlettering Projekte Handlettering Projekte ist ja sozusagen wirklich die Ergänzung zu dem ersten Buch von mir nämlich andere Farbkombination aber ähnliches Design ihr seht Handlettering Alphabete in Handlettering Alphabete da ging es ja wirklich darum euch den Lesern, den Käufern die Grundlagen aller Lettering Arten beizubringen Handlettering Alphabete enthält ja verschiedene Kapitel des Letterings Handlettering, Brushlettering, Kalligrafie und auch einen kleinen Teil Digital Lettering und mein Ziel war es wirklich mit dem Buch umfassend darzustellen und zu zeigen wie man in die Welt des Letterings einsteigen kann als Anfänger das heißt das erste Buch finde ich ist so eine Art Lexikon für alle Lettering Schriftarten und auch Techniken sind auch wirklich ganz ganz viele Alphabete zum Abhausen enthalten und das zweite Buch ist sozusagen die Ergänzung die wir gemacht haben zu dem ersten Buch und ich finde das zweite Buch ist eine Art Lexikon für Materialien denn was ich wirklich jeden Tag von jemandem gefragt hätte auf Instagram ist ich hab da so ein Holz eine Holzscheibe oder ich hab da so eine Acrylscheibe oder ich hab sonst was mit welchem Stift kann ich denn am besten drauf schreiben also ich fühle mich manchmal wie das Google der Lettering Szene ich versuche wirklich immer jedem zu antworten und jedem da einen Tipp zu geben was in der Menge nicht immer ganz leicht ist und so ist auch die Idee zu diesem Buch entstanden da wirklich ein Grundlagenwerk nochmal zu schaffen wo wir alle Materialien mit aufgenommen haben die es eigentlich so gibt bzw. die sich belittern lassen das lassen sich ja wirklich auch nicht alle belächern und euch da entsprechende Empfehlungen zu geben so jetzt schlagen wir das Ganze mal auf gemeinsam das ist wieder so ein Vorsatz den haben wir im ersten Buch ja auch gehabt so ein bisschen Motivation im ersten Buch was stand da wer weiß es im ersten Buch stand hier Übung, Übung, Übung im ersten Buch ging es ja ganz viel um das Thema Übung und Machen und hier haben wir uns für Yeah entschieden weil das zweite Buch einfach euch ganz viele Ideen und Inspirationen geben soll um ja selber Yeah-Sachen, Yeah-Projekte zu erschaffen hier vorne übrigens der erste Buch zum Abpausen wir haben hier wirklich für alle Projekte alle 50 Projektideen teilweise die Vorlagen in Originalgröße ich glaube in den meisten Fällen ist es die Originalgröße auf den Bogen draufgepackt die Vorlage für den Fußvorleger für die Fußmatte die war leider zu groß das weiß ich, die mussten wir skalieren aber der Rest ist glaube ich wirklich eins zu eins hier auch den zwei Postern enthalten die könnt ihr euch natürlich auch wieder irgendwie an die Wand hängen viele haben ja die Poster aus dem ersten Buch mit den Alphabeten an die Wand gehängt so als Deko fand ich auch total süß und hier seht ihr wirklich eins zu eins die ganzen Sachen die wir gelettert haben der Markus und ich Markus ist ja sozusagen Mitautor Co-Autor meines zweiten Buches ein langjähriger Freund der Letterbuche ich glaube der schaut nicht zu, ne? mal gucken ne Markus hat zwölf ich habe die restlichen 38 Projekte gelettert hier seht ihr auch so eine Übersicht am Ende des Buches wer was gelettert hat damit ihr auch wirklich uns persönlich anschreiben könnt auf Social Media wenn ihr noch Fragen habt zu einigen Projekten kann ja sein, dass wir doch irgendwelche Antworten auf eure Fragen vergessen haben oder ihr uns eure eigenen Ergebnisse schicken wollt dann seht ihr also hier Tee für Tanja im für Markus wer was gelettert und gebastelt hat und natürlich nicht zu vergessen wer auch noch mit im Buch eine ganz wichtige Rolle spielt diese attraktive junge Dame hier die bestimmt auch nicht zuschaut nämlich die Katja von Fräulein K. sagt ja die habe ich mit ins Boot geholt bei diesem Projekt das ja schon sehr bildgewaltig ist im ersten Buch ging es ja wirklich eher um Alphabete und Buchstaben da hat die Anja die Bilder gemacht im zweiten Buch ging es um Bildwelten wir haben ja acht verschiedene Kapitel wirklich mit Welten erschaffen und da hat die Katja ganz tolle Arbeit geleistet und alle unsere Projekte wunderhübsch in Szene gesetzt ganz toll fotografiert und das Ergebnis haut zumindest mich echt von den Socken also Katja darf auch nicht unerwähnt bleiben und das war das Buchteam kleine kleine Buchteam das die 50 Handlettering Projekte erstellt hat innerhalb von ich glaube es waren vier Wochen und ich war ja in der 39. Woche schon mit dem der jetzt da hinten fliegelig schlägt ja hier seht ihr die Übersicht der verschiedenen Kapitel 18 ist wie gesagt an der Zahl von hier drüben von Küche, Interior, Papeterie ist natürlich auch wieder mit dabei das heißt hier im Papeterie Kapitel findet ihr ich würde mal sagen eher die einfacheren Projekte die sich viel mit oder um Bücher beziehungsweise um Papier drehen also Projekte die ihr mit Stiften auf Papier machen könnt für Anfänger geeignet dann geht es weiter mit Geschenken, Geburtstag eins mal Lieblings Kapitel, Hochzeit ja wir haben auch ein paar Hochzeitideen mit aufgenommen nicht von meiner Hochzeit, neue Ideen die kennt ihr ja schon von meiner Hochzeit ganz ganz glücklich bin ich auch über das Kapitel Kind das war das vorletzte Kapitel was ich dann glaube ich damals schon in der fast 40. Schwangerschaftswoche bearbeitet und Weihnachten klar Weihnachten muss sein Weihnachten muss genauso wie Hochzeit einfach bei jedem Lettory Buch irgendwie eine Rolle spielen da gibt es tausend Möglichkeiten um kreativ zu werden deswegen Weihnachten haben wir auch mitgenommen ja und dann gibt es auch natürlich wieder ein kleines kurzes Vorwort von mir für euch für die Leser das müsst ihr selber lesen wenn ihr das Buch kauft dann geht es weiter mit einem ganz kurzen Einstieg in die Grundlagen hier haben wir nochmal zusammengefasst so würde man sagen das wichtigste aus dem Handlettering Alphabet Buch auch Übersichten über die verschiedenen Lettering Arten es werden alle Lettering Arten bis auf Kalligrafie zum Federhalter habe ich nicht gegriffen bei den Projekten einfach aus dem Grund dass man Kalligrafie fast nur auf Papier machen kann und wenn es in dem Buch ja vor allem um andere Materialien als Papier geht aber ansonsten sind alle Lettering Stile enthalten gebrochene Schrift auch nicht da haben wir uns auch dagegen entschieden hatten wir erst ein Projekt ist dann aber auch rausgefallen aber ihr seht hier nochmal alle möglichen Brush beziehungsweise Handlettering Varianten damit hier auch wirklich jemand der das erste Buch vielleicht nicht besitzt so ein bisschen was mit anfangen kann hier nochmal die Erklärung der Liniensysteme also ich würde mal sagen Anfänger sollten sich das erste Buch auf jeden Fall besorgen um fit zu werden im Handgelenk was das Lettering betrifft aber man kann auch mit den Vorlagen die hier enthalten sind die Lettering Projekte ganz ganz leicht selber machen also habt ihr wirklich keine Angst das Buch ist so ausgelegt dass es der blutigste Anfänger machen und nutzen kann das ist mir ganz wichtig gewesen so und dann geht es auch schon weiter mit einem sehr wichtigen kurzen Kapitel nämlich die Projektanleitung haben wir es genannt das heißt hier wird beschrieben wie ihr die Projektvorlagen auf den Bögen auf die Materialien Oberflächen kopieren beziehungsweise übertragen könnt es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten für verschiedene Oberflächen je nachdem ob es eine schwarze, eine weiße, eine transparente Oberfläche ist haben wir hier beschrieben wie das Ganze übertragen wird beziehungsweise auch wie ihr Vorlagen überhaupt erstellen könnt es gibt ja tausend und eins Möglichkeiten wie ein Letterer eine Vorlage erstellt auch vom Aufbau mit dem Raster und ich habe hier den Bereich analog beschrieben wie ich also analog meine Vorlagen erstellt habe für das Buch und der Markus hat hier drüben beschrieben wie er das Ganze digital macht nämlich auf seinem iPad Pro das ist auch das Schöne daran wenn man so einen Co-Autor hat dass er nochmal einen anderen Wind einfach reinbringt ins Buch und deswegen freue ich mich da doppelt und dreifach drüber Markus für das Buch gewonnen zu haben weil er eben digital arbeitet viel digital arbeitet und die Vorlagen digital erstellt hat die meisten zumindest und euch das auch noch eine andere Möglichkeit nochmal gebt ausdrucken was taugt euch wenn ihr ein iPad besitzt aber ich werde immer so der andere Lovetyp bleiben ich liebe es einfach zu kritzeln und zu radieren und wegzuschmeißen und wenn ich das nicht fühlen kann dann geht mir echt was verloren so hier wie gesagt nochmal das How-to wie ihr das Ganze übertragen könnt und finde ich ja eigentlich die wichtigste Seite von allen das ist jetzt sozusagen die Kernseite dieses Lexikons was ich vorhin gesagt hatte hier findet ihr die Antworten auf alle eure Fragen 42? nein Spaß beiseite hier findet ihr eine Übersicht darüber mit welchen Stiften bzw. Werkzeugen können ja auch Pinsel sein und Farben Töpfe ihr auf welche Materialien malen und blittern könnt also hier am besten schon mal ein Eselsohr rein machen da könnt ihr immer wieder darauf zurückgreifen den Livestream stelle ich auch noch erstens in meine Story und zweitens auf IGTV zumindest war so der Plan oh der Backbube ist da hallo aber eigentlich müsste der Letterbube doch da sein Markus also den Livestream mit der Buchvorstellung seht ihr auf jeden Fall noch ewig und wenn ich ihn auf YouTube lad den bekommt ihr auf jeden Fall ewig noch zu sehen so ihr Lieben alle haben entdeckt dass der Letterbube da ist jetzt will ich euch nur so ein paar Einblicke mal geben in die verschiedenen Kapitel es sind wie gesagt acht Kapitel an der Zahl weil es beginnt mit Küche ist Ende und Weihnachten in jedem Kapitel sind glaube ich sechs bis sieben verschiedene Projekte enthalten und Punkt und die Projekte sind immer so aufgebaut das vielleicht nochmal ganz kurz zur Übersicht alle Projekte sind so wie im ersten Buch aufgebaut dass ihr ein großes Bild habt der Projekte eben dieses wunderschöne Bild was Katja immer gemacht hat und dann eine Materialübersicht hier an der Kante für alles was ihr braucht hier ganz wichtig das wollte ich auch unbedingt dabei haben da hatte ich euch ja sogar während der Erstellungszeit des Buches noch gefragt ob das sinnvoll ist eine Angabe über den Schwierigkeitsgrad und zwar ist das von 1 bis 3 das heißt ein Stiftchen heißt easy peasy für absolute Anfänger geeignet Erfolg garantiert 3 Stifte heißt eher so naja man sollte zumindest schon mal selber was gelettert haben oder man braucht entsprechend aufwendig oder viel Material das kann auch 3 Sternchen bzw. 3 Stiftchen bedeuten ja und dann ist hier noch ein bisschen eine Intro um den Leser so ein bisschen emotional einzufangen das Projekt und dann wird das hier einfach beschrieben kurz und knapp Schritt für Schritt damit das auch wirklich wieder nachmachen kann wir haben versucht das so einfach möglich zu formulieren also es ist auch nicht irgendwie total schwierig getextet sondern so dass ihr es lesen und nachmachen könnt wie so ein ganz einfaches Rezeptebuch wichtig auch als letztes letzter Bestandteil so einer Projektseite immer noch Tipps und Tricks die gibt es auch wirklich überall an jeder Seite hier sind sie auf der Seite enthalten das zweite Projekt in der Kategorie Küche beinhaltet nämlich zwei verschiedene Gläser das heißt es ist ein zwei doppelseitiges Projekt und ihr habt hier die Tipps und Tricks bei Tipps und Tricks war es Markus und mir ganz wichtig nochmal so ein bisschen unsere ich sag mal Expertenmeinungen zu dem Projekt mit abzugeben also wenn irgendwas besonders schwierig ist besonders einfach ist wenn wir mit Dingen gekämpft haben mit denen ihr nicht mehr kämpfen müsst dann findet ihr das auch bei den Tipps und Tricks also es sind meistens nochmal so ein paar Kniffe die euch das Leben leichter machen sagen wir es mal so ja ihr könnt auch bald starten neue Projekte nachzumachen liebe Kathleen es ist ja wirklich bald im Handel erhältlich und ich glaube Amazon verschickt es auch schon morgen so dass ihr es am Dienstag dann glaube ich auch schon zu Hause habt also wir sind immer noch in der Küche unterwegs und ich führe euch jetzt einfach mal so ein bisschen durch dann haben wir hier noch ein Projekt was auf einer Tafelfolie entstanden ist das ist eins meiner Lieblingsprojekte von Markus großartig gelettert hier auf eine Thermoskanne leider geil Markus die hätte ich übrigens gerne aber die wollte er wieder haben und auch ein Projekt von Markus Salz und Pfefferstreuer aus Porzellan sehr sehr coole interessante Technik sogenannte Holz-Look den sich der Markus da überlegt hat also auch das unbedingt mal angucken und dann sind wir auch schon bei Interior Interior ihr seht es auch hier die wunderschöne gemütliche Home-Sweet-Home-Welt erschaffen in ihrem Studio das wir besucht hatten das Buchteam es beginnt mit einem Projekt von mir ihr seht hier so eine Glaskaraffe das ist wirklich eins der leichten Projekte könnt ihr abhausen das schafft aber auch jeder ganz einfach weil das ein Projekt ist was wirklich nur aus Handlettering und einem Stift besteht also ihr seht hier Sans-Serif-Buchstaben gemischt mit Serif-Buchstaben super easy super einfach und einfach eine schöne Möglichkeit um so ein Deko-Objekt wie eine Vase oder eine Glaskaraffe zu verziehen mit einem Spruch Indino Veritas geht immer nach mir auf dann haben wir hier noch eine Handyhöhe auch im Bereich Home and Interior auch allerdings sind alles meine Lieblingsprojekte und natürlich da braucht Toto nicht viel in dem Buch er hat ja auch eine große Rolle gespielt in meinem ersten Buch da war eher noch sozusagen das Baby was ich nicht in mir getragen habe aber was ich noch neben mir liegen hatte bei der Buchentstehung ja und Toto's Projekt ist dieser Fressnapf auch aus Porzellan von der lieben Nicole Baumberger aus Wels aus Österreich ist der Hand gemacht mit seinem Namen drauf das heißt wenn ihr Hunde, Katzen, Kanarienvögel oder sonst was zu Hause habt ist das euer Projekt um ihnen einen schönen personalisierten Fressnapf zu behasteln ich liebe ihn der steht übrigens auch wieder bei uns im Studio mittlerweile ja und die kennt ihr mittlerweile alle schon und ich finde es so lustig dass ihr die alle kaufen wolltet die gibt es nicht zu kaufen und die wird es auch nicht zu kaufen geben weil ihr die alle selber machen sollt mein Credo ist machen 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 so und ich garantiere euch dass jeder mit dem Buch und dieser Anleitung diese Fußmatte selber machen kann das ist wirklich nur ein Übertragen von der Vorlage die enthalten ist auf eine Fußmatte von Ikea in dem Fall mit einem Eddingmarker was ihr dabei beachten soll steht hier es hat mich ein bisschen Nerven gekostet damit ihr diese Erfahrungen nicht machen müsst und danach nicht drei Wochen lang Farbsprengler an euren Händen habt lest euch diese Anleitung hier gut durch oh interessante Frage ob es noch mehr Bücher und Babys gibt hmmm da enthalte ich mich mal bei beiden Fragen eine Auswahl jetzt machen wir erstmal hier ein Buch und ein Baby nach dem anderen so ähm die Kommentare kann man leider nicht abstellen ich kann es auch noch ein bisschen weiter nach oben schieben damit ihr hier noch mehr seht komm mal hier kriegen das schon hin das mit den Kommentaren deswegen mag ich Insta Insta-Dingsta-Live-Dingsta nicht weil man sieht immer nur die Hälfte von dem von dem Screen so besser ne ich verfolge das hier drüben ja hmmm dauert immer so ein bisschen blöd ist das deswegen ich sag's euch Periscope ladet euch schon mal Periscope runter ich mach nur noch Periscope Livestreams in Zukunft so Projekt von Markus ich kletter mal so ein bisschen auch durch jetzt sind wir im Kapitel Papeterie hier ein wunderschönes würde ich mal sagen ganz einfaches Projekt im Bereich Papeterie wie ihr selbst eine To-Do-Liste eine kreative To-Do-Liste anlegen könnt ich kann die Kommentare ausschalten na glaub ich nicht ich hab ja schon echt viel probiert hier bei Insta-Dingsta Lesezeichen natürlich auch aus Papier Markus hat auch ein paar Adress-Kuverts belettert beziehungsweise euch zwei Varianten gezeigt wie ihr auch Adressen schön lettern könnt Snail-Mail kommt ja auch immer wieder mehr in Mode ein Notizbuch aus Papier also das Papeterie-Kapitel ist wirklich so finde ich für die Einsteiger von euch gemacht und dann kommen wir schon zu Geschenke und Geschenke gefällt mir deswegen unter anderem auch besonders gut weil die Farbbelt so schön ist die Katja sich mit uns zusammen ausgesucht hat ich bin ja ein großer Fan von Altrosa wie ihr wisst und ihr seht die Projekte im Bereich Geschenke sind auch teilweise Altrosa hier haben wir verschiedene Boxen Geschenkboxen die ich bildet habe hier haben wir einen Anhänger in zwei Varianten da gibt es nämlich noch eine Variante die ist bei dem Vorlagebogen enthalten wie ihr zum Beispiel eine Sektflasche schön verzieren könnt wenn ihr sie jemandem als Gastgeschenk zum Beispiel mitbringt Sticker habe ich auch beschrieben auch ein sehr schönes Projekt wenn ihr Marmeladen selber macht ich noch nicht und jetzt kommen auch die Insights noch behind the scenes dieses Marmeladen also wenn ihr an der Entstehung des Buches teilgenommen habt damals in den Wochen wo Irina ja auf Bahn war und ich mit einer großen Kugel jeden Tag im Studio saß und diese Projekte gelettert und gebastelt und dann verschickt habe habt ihr mitbekommen dass alles ziemlich schnell gehen musste irgendwie es hätte ja jeden Tag soweit sein können dass der kleine Mann hier hinter mir rauskommt dann wäre es vorbei gewesen dann hätte es nicht 50 sondern vielleicht nur 5 Händler-Track-Projekte hier heißen das Buch und das wäre eher so ein Magazin geworden so also auf jeden Fall die Idee war Sticker für Marmeladenleser zu machen ja da hatte ich keine Marmelade zu Hause also im Studio und nachdem ich irgendwie eine halbe Stunde Zeit hatte dass ich nur zur Post hätte gehen können um das zu Quattel zu schicken habe ich im Frühstück geschaut und da stand ein Marmeladeglas dieses hier und da war Marmelade drin von Elvinas Mama die hat nämlich ich glaube es war ich weiß gar nicht Erdbe-Marmelade selber gemacht und uns geschenkt ja liebe Elvina weiß ich schon ich hab die schon gebeichtet Elvines Mama es tut mir leid das ist klar mittlerweile wieder bei uns natürlich ungekühlt ja können wir nicht mehr verwenden aber für das Bild ja war es schön so und dann noch was ganz besonderes ein absolutes Highlight in diesem Buch ich habe ja nicht nur den Letterbuben mit ins Brot geholt sondern auch den Backbuben Backbuben und der Backbuben hat nämlich diese Kekse nicht nur belettert in dieser transparenten Folie sondern auch gebacken und deswegen hier als besonderes Feature das Rezept für diese Cookies diese marmorierten Cookies übrigens mega geil grau marmoriert der Oberhammer von Markus das Rezept für die Cookies ist auch in dem Buch enthalten ein absolutes Special ne Markus wer Fragen hat bitte nicht mich fragen fragt bitte den Letterbube bzw. Backbube ich habe von Backen keine Ahnung so Halbzeit glaube ich Geburtstag auch ein schönes bildgeleitiges Kapitel verschiedene Cake Topper verschiedene Möglichkeiten wie ihr Glückwünsche überbringen könnt hier zum Beispiel ein Folienballon oder auch die gute alte Lightbox viele Projekte haben einige von euch vielleicht auch schon mal selbst gemacht es ist wie gesagt ja auch nur ein Sammelsurium aus würde ich mal sagen meinen letzten drei Jahren Lettering Zeit das ich zusammengetragen habe und eben jetzt als Buch veröffentlicht habe deswegen sind nicht alle Projekte wahnsinnig weltbewegend neu aber wer es noch nicht kennt ist es eine super einfache schöne Möglichkeit in solchen gekauften Lightboxen ein eigenes Lettering einzubauen also wirklich da braucht ihr nicht viel Material ihr seht es hier drüben um das ein bisschen pimpen zu können für den nächsten Geburtstagsferd zum Beispiel so und dann oh ja was das Buch auch noch besonders macht ist dass ich nicht nur Gastautoren also Co-Autoren mit ins Boot geholt habe nämlich den Markus und Katja als Fotografin sondern sozusagen auch Ideengeber und es gibt hier bei dieser Hurra-Karte das ist quasi ein Projekt was mit Folierung arbeitet mit zwei Varianten der Folierung einen Ideenhaber nämlich die Frau Mesa die auf ihrem Blog sehr sehr schön beschrieben hat wie sie eine Karte foliert und genau das habe ich übertragen ich habe sie auch gefragt ob ich es benutzen und den Buch verwenden darf es ist auch mit angegeben das ist immer ganz wichtig und deswegen findet ihr in diesem Buch auch nochmal beschrieben die Variante einer folierten komplett folierten Karte mit Laserdrucker und Laminiergerät also da habe ich ja gekreischt als es zum ersten Mal funktioniert hat und ich bin Frau Mesa auch wirklich super dankbar für ihr Tutorial also vielen Dank an der Stelle dass ich das auch ins Buch mit einbauen durfte und ich habe hier wirklich auch meine ganzen Fehler beschrieben was ihr beachten müsst damit ihr eine Karte so cool folieren könnt und ja ich bin gespannt auf eure Varianten davon so dann noch ein kleines Staturin-Projekt von Markus für das Kapitel Geburtstag auch von Markus kleine Konfettitütchen das ist auch ein einfaches Projekt also wirklich für Anfänger absolut zu empfehlen auch mit Folierung übrigens und dann sind wir schon bei dem wunderschönen gelben grünen Kapitel Hochzeit und Hochzeit so ein schönes Kapitel und ich hoffe wirklich dass ich euch da so ein bisschen inspirieren kann vielleicht auch für die eigenen Hochzeit Ideen zum Beispiel mal so eine Menükarte auf einem Monstera Blatt zu malen oder auf einem anderen Blatt ich wie gesagt gebe ja immer nur so Ideen auch gerade was Materialien betrifft mit Werkzeugen natürlich könnt ihr auch auf ein anderes Blatt euer Menü malen oder vielleicht die Namensschilder malen aber ihr wisst zumindest damit ihr das Buch habt mit der Materialbeschreibung oder Materialiste was auf den Blättern am besten funktioniert und auf was ihr besonders achten müsst Werbung schön die kommt mal weg ja habe ich auch geliebt meine Zitronen lustige Geschichte hierzu eigentlich hatte ich überlegt Äpfel bzw. Birnen waren es genau Birnen zu belittern und wer das damals erfolgt hat der hat vielleicht auch gesehen dass ich die besprüht habe in einer Nacht- und Nebelaktion im Office da habe ich meine Birnen ich glaube Kupfer besprüht und Gold besprüht und Weiß besprüht dann haben wir uns aber entschieden dass wir das Kapitel eher so gelb halten wollen tja dann waren meine grünen Birnen weg also habe ich nochmal Zitronen gekauft im Supermarkt und habe dann die Zitronen belettert und ich glaube irgendwo hier sieht man auch noch die ein oder die anderen Zitronen also da seht ihr auch noch die Namen die ich drauf gekriegt habe ich finde das ist so geil geworden mit dem Molotow Stift auf den Zitronen mega mache ich bei der nächsten Gartenparty oder bei Bens ersten Geburtstag auch mega mega und die Alphabete mit denen ich das gelettet habe findet natürlich im Alphabetebuch also das ist eh so ein bisschen sie gehören natürlich irgendwie schon zusammen die beiden Bücher also eigentlich müsst ihr sie beide kaufen nein also fortgeschrittene Letterer brauchen das erste Buch natürlich nicht mehr ich glaube als Inspiration reicht euch dann auch das zweite Buch noch aus so hier haben wir noch eine andere Idee wo ihr die Hochzeitspost reinpacken könnt einfach mehr selber machen man kann auch ganz viel kaufen ich hatte ein Vogelkäfig oder aber eine Box kaufen vorsichtig mit einem Cutter einen Schlitz reinschneiden und das Ganze belettern Bimpe hier natürlich wir sind ja da sehr offen für alles Mr. und Mr. gibt es natürlich auch nicht nur Mr. und Mrs. und dann kommen wir zu meinem eigentlichen Lieblingskapitel das habe ich wirklich mit ganz ganz viel Herzblut gestaltet und ihr seht hier ein Beispiel oder ein Beispielprojekt ist auch die Geburtsanzeige ein Geburtsposter für Ben und das lustige ist ich habe das seit ich glaube eine Woche bevor Ben geboren wurde habe ich das gelettert und fabriziert und der Cutter geschickt und natürlich stimmen die Daten nicht aber ich dachte mir wie lustig das wäre wenn Ben dann wirklich am 20. April auf die Welt kommt und natürlich auch 3.900 Gramm liegt stimmt natürlich alles nicht aber der Name stimmt und in Starnberg ist er geboren worden ja gut also hier das erste Projekt wie gesagt das ist auch wieder eine Idee von der Janine Wulff deswegen ist sie auch mit angegeben sie hat ursprünglich dieses Lettering in der Art und Weise erstellt auf ihrem Blog glaube ich sogar also schaut da mal vorbei janinewulff.com ich durfte es in meinem Buch mit aufnehmen hier haben wir noch einen kleinen Body in den der Ben gerade noch so reinpasst also hier auch noch mal ein paar Projekte mit Stoffmalfarben und Stoffmalstiften ja und ein mega mega Projekt auf das ich mich total gefreut habe und was am Ende dann doch ein bisschen komplizierter geworden ist als ich es mir vorgestellt habe wie einige Projekte in dem Buch ist diese Schnullerkette die ich für Ben auch machen wollte ich habe auch eine für Ben gemacht jetzt kann ich es euch auch noch zeigen das ist wie gesagt eine für Lotta gewesen ja Schnullerkette selber machen ist eher so semi anspruchsvoll und das anspruchsvolle daran ist eigentlich das Lettern das ist ziemlich einfach auf dieser Kugel aber das Zusammenbasteln ist dann eher Kategorie ja DIY Profi ich habe mir da schon schwer getan damit diese Kette dann mit der Vorlage und mit der Beschreibung von der Illy und von Amams World Shop das sind die beiden Mädels die also Illy von Illy & Mami bietet solche Ketten bei sich im Shop an auch mit dem Design deswegen habe ich sie gefragt ob ich das übernehmen darf ins Buch und Amams World Shop ist ja auch ein ganz toller Shop für Baby Sachen da habe ich ja auch schon ungefähr das halbe Sortiment zu Hause unter anderem auch die Gelangkugel die hier hinter mir liegt und sie hat mir Empfehlung gegeben wie ich das Ganze zusammen basteln kann sonst hätte es katastrophal geendet insofern danke den beiden Mädels dass ich das hier ins Buch mit aufnehmen konnte und ihr jetzt also auch hier lesen könnt wie ihr selbst so eine wunderschöne Holz-Schnullerkette basteln könnt ich mag die einfach so gerne ich mag das es ist so schön das zu sehen so ein Buch in echt zu sehen das ist immer wieder geil ja ich hatte ja vorhin schon gesagt bei dem Projekt hier das wir zusammen gemacht haben dass es auch Projekte gibt mit Aquarellfarben das ist eins davon beziehungsweise auch das größte eigentlich nämlich ein Fotoalbum für das allererste Jahr das heißt ich hatte einfach ein Fotoalbum von Idee Kreativ gekauft was kein Aquarellpapier auf der Oberfläche hat aber ich habe es auch hier beschrieben auf was ihr achten müsst ein saugendes Papier also kein foliertes Papier und dann könnt ihr nämlich auch Aquarelleffekte auf diesem Buch und auf einem Fotoalbum erzielen das ganze Projekt an sich ist ein bisschen aufwändiger weil ihr müsst erst die Ecken hier aquarellieren dann müsst ihr einen Banner aquarellieren das Ausschneiden aufkleben und dann hier nochmal mit Brushlettering arbeiten aber es lohnt sich weil ich finde das Ergebnis mega mega schön das ist übrigens nicht der Ben sondern ein anderes Kind verrate aber nicht wer es ist aus dem Buchteam soviel seid verraten dann haben wir hier noch ein Projekt auch mit Stoffmarkfarben und dann sind wir schon im letzten Kapitel angekommen Weihnachten ihr seht es da haben wir uns entschieden das Buchteam ist wirklich klassisch skandinavisch in den Farben Schwarzweiß Kraftpapier und Grün also wirklich Tannengrün zu machen und Gold Farbwelten haben wir uns davor auch überlegt das ganze Buchteam ja und hier haben wir sowas relativ einfaches wie Anhänger Namensanhänger aus Fimo die ich gemacht habe oder aber oh habt ihr die Klangkugel gehört? hm da wird jemand wach oder aber auch ziemlich geil habe ich es unter anderem auch zum allerersten Mal gemacht einige der Projekte habe ich ja zum allerersten Mal auch selber gemacht deswegen hatte ich ja auch ungefähr 100 Projektideen in der Liste stehen für den Fall ist irgendwas nicht klar zum Beispiel die Fußmatte war mir allererstes Mal dass ich welche im Petto habe ich habe davor noch nie auf Wachskerzen gelittert beziehungsweise sogenannte Schiebe Wasserschiebefolie benutzt es hat funktioniert ich bin auch echt stolz auf diese beiden Kerzen und ich werde die auf jeden Fall im ersten Abend auch abbrennen und hier seht ihr die komplette Beschreibung auch mit Materialien wie ihr sowohl mit Wachs wirklich Wachsfarbe auf Wachskerzen littern könnt oder eben mit dieser sogenannten Wasserschiebefolie die könnt ihr ausdrucken und dann könnt ihr sie auch auf Wachskerzen auflegen Christbaumkugeln gehören einfach mit dazu in die Welt der Letterings und Letterer da hat der Markus zwei wunderschöne Designs erstellt oh da wird jemand was denkt dann hier dann noch eine super coole Keksdose die Markus belettert hat beziehungsweise den Einwand eigentlich er gemacht hat die Keksdose ist hier quasi noch jungfräulich und dann noch eine kleine schöne Schleife auch wieder aus die Keksdose die Keksdose die Keksdose